Weißt du, was ich heute mache? Ich trage heute mal ganz auf sexy. Das ist die Leggings von Verona Poth. Moment, also original oder gekauft? Nein, die habe ich von hier geliehen bekommen. So, und das Geilste ist aber, hier siehst du noch, da war die Knie abgeschobelt. Ich bin noch nicht hingefallen. Okay. Und, wenn du mal guckst, ich habe eben die ganze Zeit versucht, die Haare hier alle wegzuzubbeln, auf der Hose. Aber jetzt mal ganz umher. Zieh mal dran. Zieh mal dran. Nee, das sind meine Haare. Die kommen dann durch.